Herr Haller, sehr geehrte Frau Prof. Treffenfeld, sehr geehrter Herr Prof. Mayer-Garlo, sehr geehrte Damen und Herren und vor allen Dingen natürlich sehr geehrte Preisträger Herr Dr. Lutz und Herr Dr. Schmattloch. Sie sind mit Ihren Ehefrauen anwesend, die ich auch sehr herzlich begrüße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute hier zu dieser Feierstunde anlässlich der diesjährigen Verleihung des Mayer-Garlo-Preises 2015, und Sie haben es schon angesprochen, Herr Haller, für Wirtschaftschemie begrüßen dürfen. Herr Mayer-Garlo hat diese Stiftung für Wirtschaftschemie eingerichtet, nachdem er viele Jahrzehnte unsere Gesellschaft der Deutschen Chemiker, GDCH, mit diesem Fach vorangetrieben hat und auch einen Studiengang Wirtschaftschemie in Deutschland an sechs Hochschulen initiiert hat. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, besonders ist natürlich hervorzuheben die Einrichtung der Stiftung für Wirtschaftschemie und durch die jährliche Preisvergabe dieses Mayer-Garlo-Preises soll nicht nur eine Innovation, sondern insbesondere deren Nachhaltigkeit gewürdigt werden. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker vergibt sonst sehr viele wissenschaftliche Preise, rein wissenschaftliche Preise. Es sind 25 Stück, viele Stiftungen dabei und dieser Preis, der heute verliehen wird, ist der einzige, bei dem der Transfer aus der Wissenschaft in die Industrie und in die Gesellschaft im Zentrum stehen. Ja, Innovation, Nachhaltigkeit und der besondere Wert für die Gesellschaft, das sind die Botschaften und damit freuen wir uns auch, dass durch die Teilnahme einer, ich sage mal, etwas breiteren Öffentlichkeit auch die Botschaft der Chemie, und das liegt mir besonders am Herzen, in die Gesellschaft herausgetragen wird. Ja, durch diese Einrichtung des Preises, wir haben den bisher dreimal in Deutschland verliehen, den verleihen wir im deutschsprachigen Raum und deswegen bin ich besonders froh, dass wir erstmals heute hier in der schönen Schweiz bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja, meine Damen und Herren, mit dem Innovations- und Nachhaltigkeitspreis wollen wir natürlich der besonderen Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Diesen Begriff, Sie haben schon COP21, die UN-Klimakonferenz angesprochen, ist ja in dieser Woche wirklich im Zentrum der Medienberichterstattung, auch wenn der Begriff, wir kennen ihn, seit vielen Jahren zurückgeht, 300 Jahre erstmals im Bereich der Forstwirtschaft eingeführt und von Karl von Karlowitz und die Gesellschaft Deutscher Chemiker hat vor etwa 25 Jahren sehr früh den Begriff der Nachhaltigkeit auch in ihre Satzung und in den Verhaltenskodex aufgenommen und Herr Mayer-Garlo hatte mich gebeten, ein paar Worte zum Thema Ethik, zum Thema Verhaltenskodex, zum Thema Verantwortung heute zu Ihnen zu adressieren. Deswegen zitiere ich, weil nicht alle sind hier, glaube ich, Mitglieder der Gesellschaft Deutscher Chemiker, gerne diesen Verhaltenskodex. Die GDCH und ihre Mitglieder unterstützen und fördern eine nachhaltige und dauerhafte Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Sie handelt stets auch im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Die Nachhaltigkeit muss immer uns hier sehr am Herzen liegen. Und als Naturwissenschaftler allgemein und als Chemiker speziell, glaube ich, tragen wir eine besondere Verantwortung dafür, was wir entwickeln und was wir mit diesen Produkten denn auch in Anwendungen, aber auch manchmal in nicht geplanten Anwendungen als Konsequenzen sehen. In diesem April hatte ich die Möglichkeit, bei einer sehr bewegenden Gedenkveranstaltung in Üpern teilzunehmen, in Belgien, nämlich organisiert von der OVCW, das ist die Organisation für das Verbot der Chemiewaffen. Und dort in Üpern war ja die erste Anwendung einer chemischen Massenvernichtungswaffe, die die größten Forscher, die wir heute auch weiterhin als die größten Forscher des letzten Jahrhunderts betrachten, zum Beispiel Fritz Haber mit seinen Verdiensten um die Ammoniak-Synthese. Und trotzdem hat er hier diese Verantwortung auf sich genommen und hat diesen Einsatz erstmals von Chlorgas verantwortet. Der Stand natürlich gegen die damaligen sogenannten Hager-Konventionen und die OVCW hat jetzt in Anlehnung an den Eid des Hippokrates in der Medizin die Gesellschaft Deutscher Chemiker, die amerikanische Gesellschaft, die ACS, die europäische Gesellschaft, Euchems und viele weitere Chemiegesellschaften der Welt gebeten, einen entsprechenden Eid für die Chemiker zu entwickeln. Und dieser Eid wird gerade von allen Organisationen diskutiert und soll eben sicherstellen, den verantwortungsvollen Umgang aller Chemiker mit den Produkten, die entwickelt werden. Ja, wir sind immer sehr froh, wenn wir erfolgreiche Produkte, so wie das heutige, was wir auszeichnen werden, im täglichen Leben durch die Chemie ermöglichen und wollen gleichzeitig aber die Verantwortung für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit fördern. Und Sie haben es angesprochen, genauso wie Sie in Ihrem Unternehmen die Nachhaltigkeitsziele für 2025 haben, hat ja die UNO die entsprechenden Entwicklungsziele langfristig vereinbart. Und für uns Chemikerinnen und Chemiker müssen wir eben sicherstellen, dass solche Produkte nur friedlichen Zwecken zur Anwendung kommen. Und wir müssen uns der Dual-Use-Problematik insbesondere auch beim Thema Vorstufen, aber auch bei bestimmten Industriechemikalien stets bewusst sein, welchen Einfluss diese Produkte auf die Biosphäre haben können. Diese höchsten ethischen Standards müssen aber nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Forschung, in der täglichen Arbeit berücksichtigt werden. Denn ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Jeden Tag werden weltweit etwa 40.000 neue Substanzen unter Chemical Abstracts, das ist unser Registry-Number-System, angemeldet. Vor 25 Jahren, als wir den Verhaltenskodex einführten, gab es in der Welt 15 Millionen Chemikalien registriert. Wissen Sie, wie es heute sind? 160 Millionen. Das heißt, in den letzten 25 Jahren hat sich das um Faktor 10 erweitert. Und das ist natürlich eine Sorge, wenn jeden Tag 40.000 neue dazukommen, kann man mit diesen neuen Produkten, die eventuell entwickelt werden, wirklich auch die Folgen, die eventuell damit verbunden sind, die anzuwenden, verfolgen. Ich würde gern in dem Zusammenhang unser GDCH-Ehrenmitglied und den Chemie-Nobelpreisträger Roald Hoffmann zitieren, der in einem Vortrag vor einigen Jahren einen sehr schönen Appell ganz allgemein nicht nur an die Wissenschaft, sondern auch an die Öffentlichkeit gerichtet hat. Und er lautet, ich zitiere, egal ob man ein Gewehr macht oder ein Molekül, ein Gemälde oder ein Gedicht, man sollte immer fragen, könnte ich damit jemandem Schaden zufügen? Er ist jemand, der nicht nur die Chemie kennt, er ist sehr engagiert, Roald Hoffmann, auch im Umfeld von Kultur, hat ein Schauspiel vor kurzem in Frankfurt und Darmstadt aufgeführt zu seiner Vergangenheit. Meine Damen und Herren, nun möchte ich zum Mayer-Galo-Preis dieses Jahres kommen und nicht Frau Treffenfeld vorgreifen, aber ganz kurz die gewürdigte Innovation beschreiben. Strukturklebstoffe, wem sage ich das, sind seit Jahren im Fahrzeugbau weit verbreitet und die Zukunft der Automobilindustrie, das wissen wir ja nun alle, liegt im Leichtbau. Wir haben ja dieses wunderschöne Fahrzeug hier unten gerade bewundern können. Der Einsatz der unterschiedlichsten Leichtbaumaterialien, egal ob es jetzt Leichtmetallkomponenten, Kunststoffe oder auch Hightech-Carbonfasern sind, stellt natürlich besondere Anforderungen an die Fügetechnologie und speziell an das Verkleben. Denn die Verbundwerkstoffe nun zusammenzufügen, ist nur mit neuartigen Klebern möglich. Das DAO-Team hat nun mit seinen neuartigen Klebern für die Verbundwerkstoffe und durch seine ganzheitliche Betrachtung dieser technologischen Herausforderungen mit den Partnern aus der Automobilindustrie sich als Treiber, als Innovationstreiber für den Leichtbau verdient gemacht und damit zunächst einmal natürlich für die Nachhaltigkeit im Sinne der Elektromobilität, aber auch generell für den Automobilbau sich verdient gemacht um die Nachhaltigkeit. Damit werden die Gesichtspunkte, die Herr Mayer-Garlo in seinem Preis als besonders wichtig ansieht, nämlich nicht nur die Innovation, sondern das Thema Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Nutzen mit dieser besonderen Innovation hervorragend erfüllt. Verehrte Preisträger, ich gratuliere Ihnen beiden ganz herzlich im Namen der Gesellschaft Deutscher Chemiker zum Mayer-Garlo-Preis 2015 für Wirtschaftschemie und ich freue mich, Ihnen gleich im Anschluss die Urkunden dann überreichen zu können. Erlauben Sie mir, bevor das Wort dann von Frau Treffenfeld, nehme ich an, weitergeleitet wird, an Herrn Mayer-Garlo nochmal ein ganz herzliches Dank an ihn zu richten für die Einrichtung der Stiftung und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus